Der Titelgewinn ist schon was ganz, ganz Tolles, aber jetzt wirklich eine eigene Edition zu haben und dann selbst einsteigen zu dürfen, mit dem Auto zu fahren, das ist ein tolles Gefühl. Ich habe mir heute wirklich mal die Produktion von den einzelnen Fahrzeugen ansehen dürfen, natürlich auch die des M4s, die hier im Werk München gemacht wird und das ist natürlich für mich als Rennfahrer toll, sowas zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich kann da einfach nur mal Danke an BMW und an die MGmbH sagen, die das ermöglicht haben. Ach, ich bin blau. Untertitelung des ZDF, 2020